Ach, so gut. Pauly, countered, feint, ray of frost, countered, mange, shield, Pauly, success, overgrowth, Pauly, trinketed, two minutes, sprint, Pauly, wild charge, cyclone, kidney, success, vendetta, cheap shot, Grosal vortex, bark skin, line, wild charge, countered, kidney, spell steal, mighty bash, rind of frost, Success, Pauly, countered, feint down, feint down, success, wild charge, dash, Pauly, success, Pauly, feint, Pauly, feint down, kidney, cyclone, Pauly, Success, iron bar, shield, cyclone, feint, cyclone, cyclone, feint down, cyclone, Pauly, Pauly, Kibbe, success, feint, evasion, Pauly, faint down, ice block, countered, evasion down, wild charge, Inner bait, cloak of shadows, Pauly, countered, Pauly, cloak down, kick, temple shield, kidney, Mage, shield, Pauly, cyclone, success, mighty bash, cyclone, 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 countered, Feint, Vanish, cold snap, change, ring of frost, faint down, success, mange, shield, countered, Pauly, kidney, iron bar, countered, Pauly, dispel, overgrowth, feint, sprint, countered, Pauly, Pauly, down, wild charge, water, elemental, cyclone, 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 Pauly, success, success, kidney, Pauly, success, Pauly, countered, countered, feint, feint, feint down, iron bar, icy veins, ring of frost, success, Kidney, mighty bash, cyclone, success, ray of frost, Pauly, overgrowth, success, Pauly, cyclone, Pauly, countered, success, countered, kick, evasion, kidney, smoke bomb, cyclone, cyclone, countered, evasion, power, Pauly, countered, success, wild charge, Pauly, countered, success, wild charge, Pauly, iron bar, spring, Pauly, box, success, Pauly, dash, water, water, elemental, kidney, cyclone, countered, nice, cheap shot, cyclone, growth, silence, cyclone, trinketant, spellsteel, spellsteel, shadow melt, mage, shield, feint, Pauly, success, poly, faint down, success, countered, blind, kick, kidney, cyclone, success, Pauly, poly, success, iron bar, spellsteel, 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 ray of frost, cyclone, ursul, vortex, cyclone, countered, Pauly, faint, success, Pauly, faint, countered, wild charge, moody bash, cyclone, shield, success, Pauly, cyclone, sprint, success, Pauly, Pauly, countered, bark skin, Pauly, Pauly, success, SS, innervate, kidney, shield, countered, spellsteel, spellsteel, charge, overgrowth, tempel, shield, countered, iron bar, tempel, evasion, evasion down, shit echt ich dachte das wird nix mehr leute voll konzentriert hier 2k mmr war das jetzt leute hier so ihren schaden gemacht immerhin 4 3 ne loft 3 Vielen Dank. Vielen Dank. Alles hier ohne LTS, ne? Das ist immer ein bisschen hart. Ich habe gute Mates tatsächlich. Der 2,1er, der andere 2,50. Ich bin damit irgendwie... Mit 18,50 bin ich ziemlich low tatsächlich. Das ist eigentlich... Ich bin damit... Ich bin damit... Polly... Kedney... Vanish... Vanish... Combustion... Cheap shot... Meteor... Success... Counter... Dragon Breath... Greater Pyro... Trinket... Polly... Mage... Shield... P.S. Temporal Shield... Kick... Trinket... Two Minutes... Ring of Frost... Rapture... Success... P.S. Down... Greater Pyro... Counter... Kick... Greater Pyro... Spatial Rip... Spatial Warp... Dragon Breath... Dragon Breath... Dragon Breath... Greater Pyro... Mage... Shield... Counterspell... Temporal Shield... Sprint... Polly... Temporal Down... Dispel... Polly... Success... Dragon Breath... Sprint... Ring of Frost... Counter... Kick... 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 Scream... Mind... Control... Mage... Shield... Polly... Fuck... Desperate Prayer... Greater Pyro... Blind... Polly... Success... Greater Pyro... Plim... Midian... Meteor... Dispel... Dragon Breath... Program... Ratchet... Young... Poolly... Mage... Shield... Kick... Temporal Shield... Uncath... Blood... ...Ey... Polly... Cth... Jetzt hat er nichts mehr. Ist er jetzt noch durch? Ne, er ist nicht durch. Ja gut, der hat auch kein Mana mehr. Müsste jetzt eigentlich droppen. Oh nein, er kriegt noch einen Dragon Breath durch. Schon wieder aus dem Ding raus. Ich muss seinen Blink echt immer abwarten. Der ist mir jetzt zweimal aus dem Finisher rausgeblinkt. Ich muss noch einmal das orientieren. Hätte er eigentlich schon dreimal tot sein müssen. Habe ich jetzt gerade den Dragon Breath getrinketet? Okay, aber es war es wert. Eigentlich sollte man nicht sowas trinketten. Aber scheiße, ich wollte ihn jetzt endlich tot sehen. Komm, ich gehe jetzt mit auf den Heiler. Holy moly. Oh, unser Heiler ist fast dann. Okay. Scheiße, du. Habe ich mehr Schaden als die gemacht? Okay, das wird knackig. Der sagt mir alles an, der Dude. Und Ery da. Ja. Revival. Mater? 2 min. Rune. Rune. Rup. Ripple. Arcane. Blinding Fleet. Transfer! Blur. Blur down, death events, eruption, monodrift, 2 minute, ring of peace, metamorph down, purge, plüten, pflegen, monodrift, anti-magic shell, shell down, plüten, schau. Pfeil, defekt, infekt, 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 infekt. oh, ich hab gar nicht gesehen, dass der der hallo ist. jetzt hab ich einfach mal explod gezogen und ihn gekillt damit wir wollten eigentlich auf dem dk gehen Der schreibt immer so viel Zeug mit DK, DH, keine Ahnung. Aber Loft. Loft. Ja. Halt, ich hab mit denen noch keins verloren, ne? Loft gut durch. Halt, ich hab mit denen. Uh, mehr Marken. Das kann ich gebrauchen. Halt, ich hab mit denen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Pillar of Frost Metamorph Down Death Rift Eruption Mana Rift Dispel Focus T T Down Metamorph Defense Fortifying Brew Demon Kick Mind Freeze Dispel Metamorph Down Pillar of Frost Dispel Fortify Down Imprison Mana Rift Mana T Death Rift Perge Idem Countered Eruption Mana Rift Dispel Perge Metamorph Down Dispel Eruption Death Defense Chaos Nova Mana Rift Focus T Blinding Sleep Dispel Cocoon Down T Down Ring of Peace Death Rift Metamorphosis Paralysis Purge Dispel Metamorph Down Metamorph Down Eruption Mana Rift Pillar of Frost Pillar of Frost Perge Damping Harm Revival Imprison Death Rift Mana Rift Rune Weapon Mind Free Counter Metamorphosis Darkness Oh nice Er hat zwar gesagt, ich soll auf dem DK bleiben, aber scheiß drauf, ich bin jetzt einfach mal geswitcht und dachte mir, komm, jetzt probieren wir das mal, den umzuhauen, und das hat halt tatsächlich funktioniert. Es läuft gerade wie am Schnürchen hier. Lauf dir, mehr Schaden, das wir hier gemacht haben, wenn wir sie weggedrückt. Boah, 19 Punkte hab ich gekriegt. Ist das nice. Boah, 19 Punkte hab ich gekriegt.